Hallo Jamie, schön, dass du da bist. Du kriegst heute Open Braids mit glattem Thermofiber und dann zeigen wir, wie es geworden ist. Wir flechten so 613 die Farbe, ganz hell und 25 hast du rausgesucht und 22 sind drei Stück und dann zeigen wir, wie es geworden ist. Auf jeden Fall, ich freue mich, dass du da bist. So sieht Jamie aus. Und wie gefällt es dir? Dreh dich einmal so durch, dann kannst du vielleicht nochmal und dann kannst du vielleicht nach oben gucken und dann kann man sehen, dass wir dir ein bisschen Haare von dir zum überdecken, so kaschierte Open Braids gemacht haben. Und ich wünsche dir viel Spaß. Danke, dass du da bist.